In diesem Video vergleichen wir das Rode NT1 mit dem Audio-Technica AT4040. Das AT4040 ist bei Geizhals für knapp 400 Euro zu bekommen. Das NT1 erhält man für ca. 250 Euro. Kommen wir zu den technischen Daten. Bei beiden Mikrofonen handelt es sich um Großmembran-Mikrofone mit Nierencharakteristik. Beide benötigen Phantomspeisung und kommen im Set mit einer Mikrofonspinne. Bei dem Rode NT1 befindet sich auch der Popschutz direkt im Set. Bei den nun folgenden Testaufnahmen blende ich das verwendete Mikrofon ein. Für die Aufnahme wurde ein Moto M2-USB-Audio-Interface verwendet. Die FRITZ!Box 6660 Cable unterstützt DOCSIS 3.1 und WLAN 6. Damit ist die Box für schnelle Kabelanschlüsse gut ausgerüstet und mit WLAN AX profitieren zukünftig auch die Clients im Netzwerk von den Neuerungen. Für gehobene Ansprüche im Heimnetz bringt die FRITZ!Box auch noch einen 2,5 GB LAN-Port mit. Auch wenn ich dafür keine Verwendung habe, freue ich mich über den zusätzlichen Anschluss, der die prekäre Situation mit den vier LAN-Ports immerhin etwas entschärft. Was können wir also abschließend als Fazit zu diesem Vergleich der Mikrofone sagen? Den größten Unterschied habe ich persönlich gehört zwischen dem Zoom H1n und den beiden Großmembran-Mikrofonen. Im Vergleich klingt das Zoom H1n echt ein bisschen traurig, obwohl ich echt die ganze Zeit zufrieden damit war. Jetzt aber im Direktvergleich mit den Großmembran-Mikrofonen klingt das fast wie ein altes Telefon. Zwischen den beiden Großmembran-Mikrofonen habe ich kaum einen Unterschied hören können, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht fehlt mir aber auch das Gehör dazu oder das entsprechende Equipment, das die Unterschiede überhaupt hörbar macht. Falls ihr jetzt einen Unterschied gehört habt, freue ich mich natürlich entsprechend über eure Kommentare. Ich verliere noch ein paar Worte zur Nachbearbeitung. Bei allen Aufnahmen, die ihr jetzt hört oder gehört habt, habe ich lediglich die Lautstärke angehoben. Ich habe keinen Rauschentferner, keinen Equalizer, Kompressor oder sowas habe ich alles nicht gemacht. Und das gilt für alle Aufnahmen, die ihr jetzt während des Videos hören konntet. Ich warte jetzt noch auf meinen Mikrofonarm vom Rode NT1 und sobald der da ist, dann gibt es nochmal einen kompletten Überblick über das Set, das ich mir jetzt von Rode gekauft habe. Da ist kein Mikrofonarm dabei, das habe ich mir jetzt separat gekauft, aber ansonsten ist da eine Spinne dabei, ein Audiointerface und ein Popschutz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich jetzt über ein Abo und im Abspann blende ich euch natürlich noch ein paar weitere spannende Videos ein. Bis zum nächsten Mal.